Die haben alle den gleichen Wallpaper, äh, mit Screensaver, meine ich. Drew ist nicht hier. Okay, wenn ich Drew wäre, wo würde ich mein Geld hide? Große Schuhe? Und warum, ach nee, warte, hier drin. Jawohl. Kein Problem, Haftnotiz, da steht sie drauf. Es gibt hier viele Nummern. Würde Drew wirklich etwas wie dieses für ein Lock-Kombo benutzen? Scheiße, falsche Nummern. Scheiße, falsche Nummern. Okay, hätte ja funktionieren können. Brief, was steht denn da drin? Holy shit, Drew. Eine College-Scholarship? Kein Wunder, du bist so into Football. Lieber Andrew, mit großer Freude verleihe ich Ihnen ein volles Sports-Stipendium für das Football-Spielen an der Staatsuniversität Oregon. Wir wissen, dass ein junger Mann mit ihren Fähigkeiten und von ihrem Charakter eine großartige Ergänzung für das Ozu-Franchise sein wird. Einer Football-Dynastie, die seit Jahrzehnten NFL-Talente hervorbringt. Geil. Schön für ihn. Hm. Ich wundere genau, wie wichtig 516 ist für Drew. 16. Mai? 16. Mai? Okay. 16. Mai. Try it. 16.0. Warte mal. Äh, 5. Ist das denn korrekt so? Äh! Das gibt's doch nicht. 516? Achso, andersrum stimmt. Ohja. Stimmt. Andere. Die haben ja erst den Monat und dann den Tag. Richtig! Stimmt. Stimmt. Verdammt. Werteile Zahlen. Okay. Hat sie gerade gesagt. Achso, hat sie gerade gesagt. Ich habe nicht zugehört. Benutzen. Sportler. Formular. Wie viele mögliche Kombinationen hier. 1992, 1996. Worum geht es denn hier? Freistellungsformular. Drew North. North. Michael North. Ich verstehe, dass mit der Teilnahme meines Kindes, meiner Kinder am Sportunterricht an der Blackwell Akademie Risiken verbunden sind. Hiermit autorisiere ich die Angestellten und die Fakultät der Akademie in einem Notfall nach bestem Ermessen zu handeln und akzeptiere alle angefallenen medizinischen Kosten. Oh Gott. 2010. Okay, 1996? 27. Dezember, 3. April. Come on! Das mit so viel. So viele Möglichkeiten, Bild. Hier was. Guck mal. Das war's. Dreh das Bild um. Nee, okay. Da haben wir was gehabt. Jetzt haben wir hier unten was. Es sieht aus, dass Mikey hier mit Drew hier stehen ist. Ja. Mikey's Figuren. Das Spiel zu spielen war eigentlich Spaß. Gestern. 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 Okay, du meinst vor einem Monat. Durgaron. Ja. Das Fakult ist tot. Die Legenden von Lethe. Das Schlachtlabyrinth des Durgaron. Schöne Leute sehen nicht so einfach so offen. Aber das ist trotzdem großartig. Sgt Blood vs. Maniacal. Maniacal. Äh, großartig. Ja, großartig. Dr. Timebot. Die Jura-Edition. Okay. Comics haben wir gerade angesehen. Gehen wir an den Computer. Uch. Ich wusste nicht, Drew war so gut an Sporten. Ich glaube, er kann nicht warten, um die Arcadia Bay raus zu kommen. Frank war nicht lieb. Sieht wie, Drew sells happy pills to his fellow meatheads. Hey, Alter, hast du noch Pillen? Ich bin fix und fertig. Du hast gesehen, wie ich gestern was für dich eingesteckt habe, oder? Niemand haut meinen Kollegen um, während ich zugucke. Aber besorgt mir welche, okay? Ich brauche nur etwas für die Schmerzen. Von Zachary Riggins. So viele Leute sind schade aus Glück, hier. Nur Drew hat ein paar Prozpekte. Was für ein unglaubliches Spiel, Sohn. Interessiert mich nicht. Okay, warte mal. Plenty of possible combinations here. Dritter April. 92. 27. Dezember. Wir fangen mal an. Wir fangen mal ganz. Ganz casual an. 1992. Verdammt. Wrong Numbers. 3. April. Ah! Okay. Nee, falsch. Ich muss tatsächlich ein paar Hilfe mit diesem. Hä, wieso? Äh, was? Wenn du raten müsstest, was ist Drew am wichtigsten? Komische Frage, weiß nicht. Äh, warte mal. Mickey. Mickey ist ja sein Geburtstag. Ne, ich hätte es doch jetzt probiert, Mann. Goddammit. Mickey. Mikey. Nicht Mickey. Cool. Mal ganz ab vom Thema. Wann ist Mikes Geburtstag? 27. 12. Da steht er da. Ich schmeiße wahrscheinlich eine Party. Ich schicke dir die Infos. Danke. Ja, hätte ich doch jetzt. Hätte ich jetzt gemacht, ne? Ganz ehrlich. Ja, come on. Man hat nur drei Versuche oder vier? Bis dann sowas kommt. Ah, okay. Ich bin so gut darin. Mir helfen zu lassen vom Spiel. Toll. Wer ist das? Wer ist diese Person an der Wand? Hä? Okay. Holy shit. Äh, ich suche Drew. I was looking for your brother, but he's not here, so. Why? Bro, we gotta go. Yesterday wasn't enough. You wanna go another round? Doesn't matter. Mikey, get your stuff. Let's move. Drew. Relax. Slow down. Okay. Oh. Shit. You're making me think you're nervous about something. Who the hell is that? No one. Stay in here and don't say anything, little brother. Whatever you do, don't open the door. You know what's going on? Damon. You shouldn't have come here. School's not the place for this. Really? Where is the place to collect my fucking money? Shit. I told you. I don't have it. Sales are down, man. Nobody wants to get high right now. But look. It's spring season. We just started two-a-days. Those are gonna kill us. I'll be able to sell all the oxy you've got. Drew, you owe me a grand. Where is it? I said I don't have it right now. I heard about your dad's job, by the way. Tough times. Yeah. Bet a grand would mean a lot to him right now. Where's my money, Drew? I don't know what you expect me to do. I can't just make money up here out of thin air. I want my fucking money. You don't have to hit me, man. I'm gonna... Where is it? Please. Just give me one... You're just going to lie there? I thought football players were supposed to be tough. Sorry to have to do this, kid. No one steals from me. No one. Fuck. Fuck. Okay, okay, okay. So, die Sache ist ja die, ne? Yeah. Ich muss gar nicht überlegen, man. Ganz ehrlich. Stopp. It's okay. I've got your money. Ah, didn't realize we had an audience. Hey, Mikey. Okay. Who the hell are you? Frank sent me. To collect. That's what Frank was going on about? Let's see the cash. We need that! It's all here. Mikey, you need to help your big brother. Help him understand that I take this shit seriously. Come on. Mikey's got nothing to do with this, man. You help your brother understand that if he steals from me again, I'm coming back here and I'm going to break his knees. Thanks, kid. Tell Frank, I owe him one. We needed that money. You just screwed us over. Are you crazy? That guy could have killed you. You don't know anything about this situation. It's none of your business. I was trying to help. Damon wasn't going to stop until he had that money. You think you're some kind of hero? Stepping in for poor Nathan Prescott? And now you're messing with our lives? Mikey. I gotta look at your arm. Just leave us alone. Look, I'm sorry. Sorry doesn't get our dad off the streets, does it? We'll be okay. Das ist so weird. Das ist einfach nur alles weird. Ich meine, er hat ein Stipendium. Warum vertickt er Drogen? Ist doch bescheuert. Ich meine, was? Das ist doch bescheuert. Na gut. Das ist doch bescheuert. Das ist doch bescheuert. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, gut, warte mal, ich muss hochscrollen. Äh, Stephanie! Ah, okay, warte, warte, warte. Ähm, so, danke. Chloe, Steph hier, ich bin, äh, auf dem Weg zum Krankenhaus. Mikeys Arm ist gebrochen, Drew hat mir ein wenig davon erzählt. Ähm, was passiert ist? Scheiße, ich wusste nicht, dass das so ernst ist. Die Situation ist abgefuckt, genauso. Okay, jetzt wissen wir Bescheid. Gut, äh, ansehen. Ich habe bereits gesehen, was passiert, wenn Rachel mit Feuer spielt. Rachel plus Schmerzen sollte es Spaß machen. Ist dein Arm ist gebrochen? Weil er hingefallen ist? Weil er eine ge... Was? Er ist so zerbrechlich, Mikey. Dana, du bist uninteressant. Ich will den Laptop benutzen. Nachdem alle die Arbeit, die Steph gemacht hat, ist es unglaublich, dass sie alles verbrechen würde, um Mikey zu sein, um mich zu sein. Okay. Theoretisch könnte ich das machen, wenn der Plan halt hier ist, ne? David, David, David's Garten? Komm schon, Rachel! Nein, ist okay. Warte, oh! Ich kriege wieder nichts mit hier, weil das so schnell geht. Okay, okay, okay. Rachel, Gott, ich muss von Anfang an sofort lesen, weißt du? Wo ist denn Rachel jetzt hier? Mama Elliot, Frank, Max, Steph, Rachel, da bam. So, warte, warte, warte. Oh, mein Fehler. So, okay, das. Ich sehe dich bald. Wie läuft es mit deiner superlangen Besorgung? In Drews Zimmer ging verrückter Scheiße ab, richtig übel. Oh nein, geht's dir gut. Willst du darüber reden? Ja, später, mach dir keinen Kopf, bis du das Stück, äh, bis das Stück vorbei ist. Ich bin hinter der Bühne, super, bin auf dem Weg. Dig. Digdums, wat? Hey, Dana. Did Doug dig David's Garten? Or did David dig Dugs? Did Doug dig David's Garten? Or did David... Did Doug dig David's Garten? Looks like Victoria has finally pushed Dana over the edge. Ja, geil. Läuft. Ähm, Pizza? Pizza? Ja, die sieht nicht gut aus. Obwohl? Na. Okay. So, Mr. Keaton hatten wir schon. Wir gehen mal da drüben hin. Das Poster ist ein... Nett. Schwimmposter. Es ist einfach so... ...äh... ...undzulässig. Go, Otters, go! So ein total krasser Otter, weißt du? Mit fetten Muskeln. Okay. Ugh. Okay, die Otter. Ich hoffe, Mikey ist okay. Oder die Otter. Ich weiß auch nicht. Okay, cool. Ähm, Drogenposter. Gib Drogen keine Chance. Verstehe ich voll und ganz. Samantha, wer bist du nochmal? Hey, Samantha. Ach, die. Shh, shh. Nathan. Please. Ich kann's nicht tun, Vater. Ich bin sorry. Keep your voice down. You don't understand. They all hate me. They're just gonna laugh at me. Why do you suppose that is? I don't know. Because you show weakness. Just like you're doing right now. Dad. When will you learn that this isn't about you and your problems? This is about the Prescott name. My name. You will not embarrass me. Nathan. Yes. Good. Now. Break a leg. I'll see you after the show. Great pep talk, Mr. P. Everyone knows the best way to instill confidence in someone is by intimidating them. I don't know who you are, but mind your own business. Ha, I'd love to. Don't you have, like, a private bunker filled with gold coins where you could have these conversations? Ha. Ah, Trottel. Okay. Nathan. Weißt du? Das ist... Ja, genau. Das ist scheiße. So, Samantha. Ne, Samantha. Was steht denn hier? Was denn das? Okay, das ist okay, um dich zu kasseln, Slut. Ich glaube, sie nennen sie es Drama für nichts. Okay. Samantha. Nochmal kurz. Hey. Nathan's Dad ist... ... ein Asshole. Huh? Ich weiß. Ich wünsche, ich würde einfach wegziehen und ihn allein verlassen. Ha, ha, ha. Leave Britney allein. Er sollte dankbar sein. Du solltest vorsichtig sein. Ja, du, ne? Er ist egal. Das mal. Nathan's Dad sucks. Aber du solltest be careful, was du wünschst. when it comes to parents. Oh, Chloe. Ich war nicht so, ich bin sorry. Für was? Du hast nicht verletzt meinen Vater. Oder du? Das war eine Schöne. Ich weiß. Ihr schmerztes Gefühl hat mich sehr an Nathan. In der Fall, die beiden sind wirklich ähnlich. Uh, was das denn das bedeutet? Ich bin ernsthaft. Du bist beide artistisch und unglaublich sensitiv. Du hast viel durchgeführt, und viele Leute haben dich unfairly verletzt. Ich glaube, du hast gestern 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 gestern, weil du weißt, was er durchgeht. Nathan ist verletzt, und er braucht Hilfe. Aber wenn ich ihn versuche, er zu helfen, scheint es immer alles zu verletzen. Äh, gib ihn auf. Natürlich. Gib ihn bitte auf. Bitte gib ihn auf. Gib ihn einfach auf. Gib ihn auf. Okay, aber er wird es nicht lieb. Ich möchte, dass du weg bist und mich nicht verletzt hast. Chloe. Nathan und ich sind nicht lieb, Rebels in einem riesigen 80s Film. Wir sind verletzt. Wir müssen ihn nicht versuchen, um ihn zu helfen, weil du nicht kannst. Und du wirst einfach verletzt. Und du denkst, dass das wirklich wahr ist? Ja, ich glaube. Das ist wirklich schade. Tja, so ist es halt, nicht wahr? Irgendwie bist du, weiß ich nicht, wie alt ist die denn? Die wirkt so, als wäre sie, keine Ahnung, zwölf? Und würde hier gar nichts suchen, eigentlich normalerweise. Also, sie hätte hier nichts zu suchen, ich weiß auch nicht. Und ich habe das nur gesagt, nicht weil wir verkoxt sind, sondern weil Nathan ein Arschloch ist. So. Warum denn nicht? Was ist denn da los? Ganz ehrlich, ich würde da reingehen. Hayden! Hey, Hayden. Hör mich als Ferdinand, gute Frau. Okay, Ferdinand. Fick dich doch. Okay. Hey, geh f*** dich selbst. Super schade, Chloe. Ich meine, super schade. Ferdinand. Groß, äh, Methodaktion. Really? Danke. Okay. Sehr schön, das hat Spaß gemacht. Solche, solche, weißt du, solche Gespräche gefallen mir, das ist toll. Äh, spielen! Zufällig. Chloe Price präsentiert, Firewalk. Laserlight spektakulär. Wow. Äh, super. Und niemand hat's gesehen. Das ist doch blöd. Ich geh jetzt da rein und quatsche mit... ...mit Rachel. Rachel? petites ... ... ... ... ... Uah! Was auch immer das war, war es schade als Scheiße. Ja, ne? Ich muss mich finden, was Victoria in diesem Trink trinkt. Was wichtig ist, er ist glücklich. Ähm, was auch immer. Prize! Du hast das Richtige getan. Ne, nicht wirklich, aber ist egal. Wen kümmert's? Kommt für Schminke bei mir oder Mr. K vorbei, SG. Okay, warte mal. Wir haben jetzt hier diese Tasche. Ja? Natürlich. Natürlich, immer, immer. Lehren. Pillen. Why? Xulhey Pharmazeutica Soma. 100 Tabletten für den, nur für den Empfänger. Okay. Hm. Hurry now, bevor your tea gets... What are you doing here? This area is for cast and crew only. Ähm, bin für Rachel here. I'm here to support Rachel. How nice. I want to make sure she's relaxed before the show. Whatever. Oh, Rachel Amber, it was customary among the thespians of Ancient Greece for the understudy to offer hot tea to the lead actress on opening night. As a way of showing appreciation for her tutelage. It is in that spirit that I offer you this beverage. May it help to reveal the essence of your talents for all to see. Wow. That, um... Thanks. Hold up. Did you hear that? Hear what? I didn't hear anything. Oh, I hear it now. It sounds like Mr. Keaton's calling for you. He is? He probably wants my thoughts on the set dressing. Okay, don't go anywhere. I'll be right back. What's going on? Um... Bitch dosed your tea. That is... The least surprising thing ever. What should we do? Problem solved. Ha ha. Ha 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 ha. Damn. Chloe Price. What would I do without you? Have super relaxed muscles, I guess. Ugh, Mr. Keaton's busy with Nathan. I'm sure he'll call on my aesthetic sensibility soon. In the meantime... Let us drink. Oh, make sure you drink it all. Your instrument will thank you. I am so grateful to have such a kind and caring friend as you, Victoria. Aw, saintsies. Ähm... Fall tot rum. Bin dafür. Victoria. Don't take this personally, but... Drop dead. Ugh. You are literally the worst. Anyway, I'll see you out there. Break a leg. So... That happened? Just when I thought this day couldn't get any batshit crazier. That was quick. I'll see you soon. But... I'll see you soon. That's just sony. I'll see you soon. Bye. 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 Untertitelung des ZDF, 2020